Jo Leute und herzlich willkommen zu Tag 19 des CSGO Adventskalenders 2017 und wie soll es auch anders sein gehen heute natürlich auch wieder drei Skins raus an euch. Aber bevor wir am beginnen möchte ich noch kurz was erwähnen und zwar wurde ich ja gestern unter dem letzten Video gefragt ob das so ist wenn man öfters unter dem Teilnehmer kommentiert ob das man dann auch eine höhere Gewinnchance hat und ja das hat man denn desto öfters man also desto mehr Kommentare unter dem Teilnehmer Video schreibt bzw. Spam desto höher ist eure Gewinnchance bzw. jedes Kommentar ist sozusagen ein Ticket aber wenn man sich das Teilnehmer Video ganz ansieht ich erwähne das glaube ich zwei oder drei mal im Video also wie gesagt wenn der also die Leute die sich das Teilnehmer Video ganz anziehen die sind der kleinen Vorteil und dann wurde ich auch noch gefragt wie man die Trade URL finden kann und zwar ich zeige euch das jetzt mal kurz bei mir angenommen ihr seid jetzt bei euch am Profil geht ihr auf Inventar dann Handelsangebote Loll ich hab da gerade ein Handelsangebot sehe ich auf jeden Fall geht ihr dann hier auf wer kann mir Handelsangebote also Handelsanfragen senden da klickt ihr drauf und dann habt ihr hier unten eure Trade URL stehen also ich hoffe es kennt sich jetzt wieder aus und gut so die Gewinner werden wie immer unter dem Teilnehmer Video also unter den Kommentaren von Teilnehmer Video gezogen aber bevor wir das machen sage ich euch noch mal kurz was es heute so zu gewinnen gibt und zwar beginnen wir heute mit einer Aug Chameleon dann als nächstes gibt es eine Desert Eagle Kommission Dragon und zum Schluss nehmen wir nehmen wir eine Farmersanroll Cage so die Gewinner von gestern setzten ja heute wieder aus und die von vorgestern sind ab heute wieder mit dabei dann hätte ich eigentlich auch alles gesagt was ich sagen wollte dann lasst uns auch gleich mal den ersten Gewinner ziehen so TP ähm Slash Boy mit 128 Kommentaren und er hat geschrieben Danke bist der Beste Danke Danke sage ich nur an dich und Glückwunsch auch an dich denn du bekommst mal die Aug Chameleon so der nächste Skin war die ich vergesse die immer wieder der nächste Skin war die Desert Eagle Commitual Dragon die geht heute raus an den Backslammon10090 du warst gestern nicht unter den Gewinnern dabei somit Glückwunsch mal an dich morgen werden die ersten Skins rauskauen wow das ist glaube ich noch eins von den ersten Kommentaren und dann zu guter letzt noch die Farmersanroll Cage die geht heute raus an den 10er Paysafe Juna ist 1 Legende mit 2542 Kommentaren bist du glaube ich sogar der Top Reiter unter den Comments beziehungsweise unter der Anzahl der Comments und somit sage ich auch Glückwunsch an dich dann hätte ich jetzt auch noch fast was vergessen zu erwähnen und zwar ist es etwas was ich in jedem Video erwähne bevor ich die Gewinner ziehe es wäre nämlich gewesen so für jeder der hier jetzt neu zuschaltet beziehungsweise zum ersten Mal auf dem CS4 Trendskalender 2017 bei mir einschaltet und sich fragt wie kann man hier teilnehmen beziehungsweise was passiert hier und was kann man hier gewinnen am erster Link in der Videobeschreibung dort kommt ihr zum Teilnehmervideo in diesem Teilnehmervideo erkläre ich euch wie ihr teilnehmen könnt was es zu gewinnen gibt am 24 Dezember gibt es beide WNH als Hauptpreis dieses Gut Knife Freehand Infect Renew und noch weitere Preise beziehungsweise so viele sind es ja jetzt nicht mehr ich glaube ungefähr noch 15 Stück an Skins was so noch rausgehen mit den Knife wären es dann 16 Skins und wie gesagt in dem Video erkläre ich einfach was es zu gewinnen gibt was ihr machen müsst um teilzunehmen und bei dem Video nehmt ihr auch gleichzeitig teil also schaut es euch einfach an und wie ich am Anfang das Video schon erwähnt habe wenn ihr euch das ganze Video reinzieht dann seid ihr da klar im Vorteil so dann war es das dann auch schon wieder mit der heutigen Episode über den Daumen nach oben würde ich mich freuen hilft mir auch sehr weiter dann sage ich auch nochmal noch Tschau und bis morgen euer Alex it's time for play it's a whipped cream day I'll wait for it to all year round those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen trees and the sun is red connect-up Some below those areannt at that meeting so you